wie deltys versatz zu timberborn 120 krägher war so wenig cracker aber vielleicht mal nach energie mehr es wieder war echt zeit dass man mit diesen bauen können und spielst ins netz und speist wenn zu wenig schrumpfen ist die hochwertige die bauwärts desto mehr energie kann sie speichern interessant aber ich frage mich gerade gut ist dann 6 t wenn man es dann braucht los ist okay dann hast du wiederum den gegen ding du ziehst das gewicht auffiedelt lockst du hast okay da kann man wahrscheinlich komplette lager also ganze batterie ding bauen davon was so viel energie hat dass man immer über das ding drüber kommt so glaube ich das sind davon schon wieder oder was ernsthaft ich habe das wasser da hoffert ich bin zu verarschen oder okay ich will jetzt auf 1,5 kenn ich nix ja kenn ich nix jetzt braucht es jetzt Weizen Weizen hab ich gerade nicht doch hab ich schon aber warum bringt es euch denn? bringt und die das nicht ich hab schon wieder kein Wasser mehr oder was? ich hab schon wieder kein Wasser mehr nein du weißt das ist der einzige Job der wo wichtig ist bei euch wir schaffen immer das Zeichenwasser also können wir schon fallen muss man schon sein echt also den können wir eh noch in den Betrieb machen solange wir da so geschafft wirtschaftlich wieder beieinander haben Kastanien ich weiß nicht wie viel Kastanien braucht man bitte lassen wir also Kastanien machen das ist ja wie viel du davor brauchst das ist ja okay der wird immer schnell wieder auf ausnahmsweise würde ich sagen könnte ja wieder das wasser abdrehen da ist schon crazy jetzt haben wir schon so viel bieber dass der teilweise gefühlt schon zum legen anfängt weil es so viel passiert auf dem ganzen ding da ist schon echt krass ich habe überlegt dass wir eigentlich schon vier den brauer kanten und es gibt koffi oder das ist nur golems das ist alles ab dauer das ist so dann erst später wieder müssen wir erst das alles hier haben ist das da eine biokraftschaft haben wir ok karussell das braucht 400 ps das braucht auch ps das bringt mir so nix das bringt mir auch nix wir sind die komischen monumente da dies kann man schon wieder schon morgen 200 dinge die habe ich da kenne ich nix also erfinder geist ist schon ein sauer overpower da brauchst planken getriebe und 300 altmetall das ist dann schon ein bisschen feldet mal sagen aber 200 holz alter das ist gar nix so jetzt mal überlegt 23 die haben 23 im durchschnitt ok jetzt gerade nicht aber normalerweise wenn ich fast alles hier haben im ohr vogelscheuche wahrscheinlich da geht einmal vorbei am ganzen tag wo sind bitte die vogelscheuche sehe ich sage ich gerade ah die sind da rum oder das ist doch irgendwo ein vogelscheuche platziert und ah da habe ich sehr breit ah ich bin auch so hoch muss ich aber blösel muss jeder seht da zum beispiel dann hast du schon mal ein viel höheren ding wieder das ist zum beispiel da aber schon mal die hälfte zu klettern ok nix da hat zwei jungen 200 einer gleich vorbei das wird auch gleich vorbei sein ja dann weil 1500 holz da musst du dir das buch wurscht sein oder nicht jetzt habe ich schon 1000 dann sind 400 nur andere wow 480 Papierorchide und schon bis innerhalb von den paar Dingen so viele Leute Vogelschreiche gesehen haben dass sie auf einmal richtig hoch wird so viele Leute haben durch die 0-0 können wir schon ein paar mehr so 4% oder so 40% 40% kriegt 2 mhm 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 warum hast du immer noch Getriebe da? erklär mal das du hast keine Getriebe mehr die wo reingekommen also warum hast du noch Getriebe? warum haben hier noch Getriebe? warum verteilst du das nicht? verstehe ich nicht Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Und ich bin ja immer noch da. 4, 4, 5, 6, das ist so crazy. Das ist auch wieder voll. Also was passiert mit den ganzen Getriebe da? Das verstehe ich einfach nicht. Da hat es auf alle Fälle wieder etwas Wichtiges. Jetzt nehme ich das nicht mehr. Alt-Metall. So. Oder er schaut auch noch okay aus. So. So. Da müssen wir halt frei machen. Also da müssen wir alles aufspringen. Aber wenn wir das aus dem Tank können, können wir so hin. Oder mehr hin. Dann müssen wir da alles aufspringen. Weil dann braucht man diese Erde ja nicht mehr. Oder wahrscheinlich können wir die immer noch kriegen. Aber wird nicht so sinnvoll. Wie ich mal. Ähm. Habe ich aber so ein perfekter Ron, oder nicht? So 1,5 Tage ist schon wieder sauknapp, gell. Okay. Das ist aber auch, weil ich ihn nicht aufgestaut habe komplett. Das wird aber wieder saudum gehen von mir. Okay. Also. Das können wir schon mal. Äh. Das ist das. Das können wir passieren. Das können wir passieren. Jochen. Now we can do that. Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir. Also das brauchen wir noch mal, oder so eins, oder so eins. Das brauchen wir noch eins. Das brauchen wir noch nichts gesperrtes aus dem Altmetall. Den brauchen wir auch noch nicht, also im Normalfall ist eigentlich alles was nicht wichtig ist, ist jetzt eigentlich so gesperrt dabei. Ja, da haben wir jetzt wieder soweit, dass das schon wieder da am Verrücken ist das ganze Zeug, gell. Ich muss jetzt was reinlassen, weil sonst haben wir da ein riesen Problem gleich. Das ist halt das Problem. Dann haben wir wieder das Geschiss da so, da ist wieder alles verrückt und da haben wir wieder kein Weizen mehr, weil jetzt haben wir noch 2600, aber aus irgendein Grund schaffen wir den nicht mal, dass er wieder einen Vorrat gescheit aufbaut. Die schaffen noch nicht mal das Wasserbunkern, oder? Also, ich weiß nicht, was ich da noch sagen sehe. Nicht mal das schaffen die da hinten. Die haben bestimmt... Ich weiß nicht, was wir da sind, was wir da sind. Finden die da sind. Da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Und da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Da sind wir nicht. Da ist kein Distrikt mehr. Da muss jetzt halt doch ganzer hinten sein. Na ja, da ist es. Genau. Da ist es. Da ist es. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen ein Problem, dass wir da die ganze Zeit... Ah, da ist wieder nichts. Da ist wieder was. Da ist wieder nichts. Da ist wieder was. Da ist wieder was. Jetzt haben wir halt noch 04. Räber da ungefähr. Wie viel. Das sollte man schon schaffen. Weil das ist ja echt blöd. Das muss man jetzt schon sagen. Wir hangeln uns von da nach da nach da. Und man wundert sich warum so und so. Vor allem. Ich konnte ja jetzt einfach gar keine Dinger mehr bauen, oder? Ich muss jetzt ein neues Verteilzentrum bauen. Fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir die Sieb bauen sind. Bauter und Wecher. Oh. Das wird man prinzipiell ja alles kriegen. Irgendwie. Das ist ja nicht das riesen Problem. Problem ist ja, er weiß das nicht zurück. Kein Damm nehmen was braucht. Bauter. Bauter und Beidde Deau. Da war es im Tritt. Da war es normal. Genau. So, Tür da wieder vorbei. Da müssen wir da wieder, dann müssen wir nicht. Dann müssen wir schon. Eht, du hörst einfach mal, aber ich habe 1. Das kann es aber gehen, ist eh wurscht es Das haben wir Gott sei Dank noch da Genau Ich hätte mir schon ein bissel runter gehen können, wenn wir da laufen Aber gar nicht so weit gehen können War schon gegangen Es wird langsam echt schon ein bissel läge, es wundert mich direkt So 3,5,5,5, genau 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 Ich dachte mir fast sogar dies mehr auszulöschen Das macht gar keinen Sinn mehr, das ich Das macht gerade doppel ich mehr Ich glaube jetzt nicht Aber ist jetzt eigentlich wurscht Dies soll jetzt aushalten Ich finde es immer ganz lustig Auch wenn ich es bloß so ganz minimal kurz passen kann Dann ist instant wieder der neue Timer Und das ist dann schon manchmal praktisch Wenn du sagst, dass das manchmal ja wirklich fehl Zeug braucht Dann waren wir bloß bei 18, oder? 18, 19 Naja 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 Da haben wir jetzt mal 27 Wegen dem Monument halt auch noch, gell? Und dann Und da waren 183 Jetzt sind wir mal interessieren, wo wirklich die meisten Biber haben 145 145 143 19 Also wirklich der Ding, aber gar nicht so weit weg Ah doch, okay Wann Wann Bloß 45 in dem kleinen Bezirk Da Das tat's gar nicht morgen, gell? 145 9 183 Krass Das tat's eigentlich nicht morgen Oh hey Ja 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 Da müssen wir da jetzt mal den machen Dass wir das verbinden können Das Rektor 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 Ähm District Six Toll Ah So Six Is Two Was Und Fünf natürlich. Starten wir wohl mit Bohr. Ich muss sagen, wir haben wirklich sehr grüne Dinge. Das ist nicht so weit weg. Aber es geht. Es geht zum Beispiel nicht. Das und das. Ja. Ich will jetzt essen blau. Das brauchen wir alles. Okay. Also, was brauchen wir da? Das kann jetzt ein bisschen dauern zum Beispiel. Auch ein Gebäckstück. Okay. Rote. Was haben wir da noch? Wie ist das? Was haben wir alles zugekauft? So. Nehmen wir dies aus. Nehmen wir dies. Dann machen wir das von hier aus. Das ist alles eins. Okay. So. Dann brauchen wir vom 2er. Brauchen wir. Ach, die haben schon wieder. Du hast auch voll, oder? Jesus. Jesus. Teilzentrum. Wo du in die ist jetzt wieder hier? Ist doch etwas auch blöd eigentlich. Ja. Kein andern Platz gehen. Ja. Ist ja auch wurscht. Gehen wir einfach da her. Schön fürs Ding sitzen. Genau. Stefan. Mega intelligent. Weg. 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 Baustelle. Hohe Priorität. Gut. Dann müssen wir zwar schon mal losen. Schauen wir bei 1. Können wir da noch? Ja. Können wir. So. Dann brauchen wir mal. Nummer 1. Oh. Scheider. Dann brauchen wir noch. Planks brauchen wir da noch. Oder. Was haben wir nun 1? Bisschen Dirt Zone. So. Jetzt haben wir eigentlich. Nix. Was wir da brauchen. Kann man noch. Bisschen Wasser herbringen. Dann war das schon mal gar nicht so das Problem. Mh. 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 Dann geh jetzt langsam mal los da. Mh. Mh. Die können natürlich nix machen. Wenn sie nix haben. Das ist ja auch schon mal der Punkt. Mh. 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 Wir liegen nachher. Mh. Duh du blamh. Mh. Der wettbe 준. Ganz gut hüttest du, gell? Auf Blinks, Bramlu Perfekt Nein, da ist auch wieder kein Weg hier Gut Ich kann mich da überhaupt ziehen Das ist schon wieder die Frage oder Fragen Aber es schaut ganz okay aus Das nervt mich irgendwie Ich denke, das ist verbunden Mensch, Leute Meine Getriebe brauchen die noch, gell? Jo Brahen nur Getriebe? Soll ich... Da ist noch eine Getriebe, Getriebe Wo ich zwar wichtig, oder? Wo ich zwar so wichtig Und das bringen sie wieder nicht runter Muss man oft nicht verstehen Okay Da, 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 da Du, 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 du ... Wo schon So Äh... Moment Gegrillte... Gegrillte Teichrose Gegrillte Teichrose Gegrillte Kartoffeln Karotten Was waren da noch? Sonnenblumenkerne waren da noch Sonnen... Sonnen, 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 Sonnen Ja Was ist das? Was anders als Was ist das? Was anders zu Kauft? Mehr oder weniger Genau Okay Genau Oh Leute Ich weiß nicht, wo ihr gezeigt bleibt Bin dabei Bin dabei, bin dabei Mit der Meine Einbeeren Das muss mir selbst eigentlich losfließen Aber So Mox von Mox von Mox von Mox von Oder oder mit zäura durch bei hand jetzt rinz jetzt rinz dahin es schwankt immer so ein bisschen habe jetzt auch kein problem damit aber es ist blöd wenn es da unten dann schwankt was drüber läuft was nicht drüber läuft was da ist ja eigentlich was was in dem tank ist da wieder nichts weggeschöpft da bloß alles davor so ja das leider von dort aber ist halt jetzt so karotten haben wir zum glück über 2000 also soll das jetzt problem sein bäume ich muss jetzt vielleicht mit prio aber dann auf das sitzen und auf das füllen das ist jetzt wurscht sein das brauchen wir das brauchen wir das haben wir sogar schon lol ich habe gesehen dass sie das so schnell gebaut haben wie viel getriebe haben wir da das ist schon mal sehr schön das habe ich ausgeschalten dass nicht die ganze der zähne kommt ja ich glaube ich kann sich kein Wasserkotten da hinten hm ok 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 so Was siehst du? Ich frage jetzt, was fehlt jetzt da noch? Eigentlich alles, gell? Ich glaube, dass die da im Wassertank jetzt schon da sind. Eigentlich soll ja das Wasser auch langsam mal irgendwie was kommen, oder? Ich verstehe es, die haben immer die sehr einen weiten Weg. Die müssen sehr weit gehen, von oben bis oben, teilweise von ganz weit weg. Aber es muss trotzdem gemacht werden. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Da schau rein, das erste Wald, das in dem Lager liegt. Und da steht der Wassertank. Und dann geht es da hin. Da müssen wir vielleicht einen von denen da mindestens mal bauen. Ich weiß nicht, das fühlt sich aber auch keiner angesprochen, das da hinten zu machen. Ich habe so das Gefühl. Zweitens. Zweitens. Holtscheil. Fein Holtscheil. Juckt wieder keinen. Das ist ja schön. Das ist ja richtig schön bei euch da. Duist. Duist. Wir haben Duist. Hunger, 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 Hunger. Duist. 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 400 Negatives. 400! 40 damned. das ist der anfangs ding aber lieber mal so bissel über 300 oder so aus jünger grund ist das sehr langsam alles ist wieder der kinder muss verschwollen durch das verstehe ich nicht das schwoll durch und dann hört es wieder auf das schwoll durch und dann hört es wieder auf warum das muss jetzt die ganze durchlaufen das macht halt echt teilweise überhaupt das kann sein so also da haben wir kartoffeln, karaten, sonnenblumen haben wir umgeschickt brot, auch ein ding, haben wir auch umgeschickt die sind schon wieder zu blöd dass sie ein scheiß wasser machen werde ich nicht mit 20 wasserdinger her waren oder kann ja nicht sein okay wie kann das ist echt crazy da hinten richtig richtig crazy ist das was die da drin und das ist auch höchst kriminell was da passiert das ist auch sowas so dann Rio ok let's go hat sie es weiter die Dinge müssen wir schauen dass wir Wasser kriegen nehmen wir den Weg die soll wieder hoch priorisieren weil sonst werden sie es wieder nicht ok 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 ich verstehe nicht dass sie das so rumwurschteln ich verstehe es ja wo ich durchstehe und deswegen arbeiten sie sehr langsam und haben sie gemächtlich und so aber gibt das schon mal das so 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 ok 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 das haben wir das haben wir so es läuft mehr so mehr so je nachdem wie jetzt Wasser kommt ja ganz interessant das ist mir ganz interessant woher drei haben so 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 woher so 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 woher Schauen wir mal. Natürlich haben die da herum jetzt auch. Die haben die herum auch hoch priorisiert. Du kannst ja einfach dies bauen Leute. Ja wenn es euch gefällt hat lasst auch das Like da. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge. Also habe ich dir die. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.